ARD Text im Auftrag von Funk Jetzt noch was! Ding Dong! Na jetzt gehts los Jungs! Rauschen! Matthias, du musst jetzt irgendwas erzählen! Ja! Also, hier seht ihr ein schwarzes Auto! Ein schwarzes? Schwarz! Auch stilsicher, wenn man hier sieht, die Scheinwerfer! Gelt! Gesehen noch, oder? Das ist die Auto Union DKW! Ein altes Auto! Altes Auto! Früher ca. mit 16 Liter Hubraum und 3200 PS! Entschuldigung! Ja! 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 Wapp' einmal! Wapp' einmal! Hast du das Mackel noch drauf? Hast du hier, da erst gekauft können? Ja! Ja! Das ist ein kleines Fusschen! Ja! Das ist ein kleines Fusschen! Das ist vorne, da hinten, da hinten dringekommen! Ach, das war das? Ja! Sind sie von dem Exx jetzt mal? Ja! Nee, ist der MC-Fitti oder jederzeit Freund! Jetzt hast du es weggeschaut. Achso, jetzt fang ich, leg los. Wir müssen es mal noch machen, wer darf. Du bist aber auch noch dazu. Nein, das geht nicht. Ja, da fasst die Farbe auf mich. So. Dieser komische... Was ist los? GoPro aus. Die filmt doch. GoPro aus. Nix Spracherkennung ausgeschaut. GoPro aus. Nein, fix nix. Halleluja. Untertitelung des ZDF. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.